Sagen Sie auf Nimmerwiedersehen zu schmerzhaften Schwielen und Schrunten. Mit PaddyVac, dem ersten motorisierten Hornhautentferner mit automatischer Absaugfunktion. Endlich können Sie Hornhaut und Schrunten überall und jederzeit entfernen. Denn die entfernte Haut wird direkt in den Auffangbehälter gesaugt, den Sie jederzeit bequem ausleeren können. Unangenehme Schwielen sogar im Büro, sekundenschnell entfernt oder für unterwegs. Mit PaddyVac sorgen Sie immer für wunderschöne Füße. Hier der Beweis mit der Orange. Nicht ein einziges Teilchen fällt runter. Sogar hässliche Hornhaut an den Händen. Entfernen Sie mit PaddyVac. Schnell, sanft und gründlich. Das ist absolut unglaublich. Wow, er saugt wirklich alles ein. Oh mein Gott, die Hornhaut ist komplett weg. Das ist genial. Hören Sie auf, überall am Boden die ekligen Hautfetzen zu verteilen. Mit PaddyVac werden Ihre Füße seidenweich, glatt und wunderschön. Und der Boden bleibt blitzsauber. PaddyVac hat zwei stärke Stufen. Einmal drücken und der grüne Ring signalisiert die erste Stufe. Damit entfernen Sie ganz bequem Hornhaut und Schrunden. Ihre Füße werden streichelweich. Wenn Sie nochmal drücken, signalisiert der rote Ring die zweite, stärkere Stufe. Damit entfernen Sie selbst die härteste Hornhaut. Schmerzlos, sanft und sicher in Rekordzeit. Das Geheimnis ist die geniale Dermovec-Technologie, die Hornhaut in Sekunden entfernt und gleichzeitig alle abfallenden Hautschuppen und Partikel aufsaugt. PaddyVacs sanfter Pfeilaufsatz rotiert mit 2000 Umdrehungen pro Minute für die perfekten Resultate. Somit ist immer und überall eine angenehme, schnelle, saubere und vor allem perfekte Fußpflege garantiert. Eine der besten Eigenschaften des PaddyVac ist die wiederaufladbare langlebige Batterie. Ist der Akku leer, einfach das USB-Kabel einstecken und in Windeseile ist PaddyVac wieder vollgeladen und einsatzbereit. Sie haben es gesehen, es hat bisher definitiv weltweit kein Gerät gegeben, das gleichzeitig Hornhaut entfernt, die Haut seidenweich macht und zusätzlich die abgeschabte Haut einfach wegsaugt. Schmerzlos, sanft, sicher und blitzschnell.